Seit kurzem sind sie in Deutschland endlich zugelassen. E-Scooter. In diesem Video zeigen wir euch, welche Technik hinter den modernen Tretrollern steckt, wie sie funktionieren und was man beim Fahren beachten muss. Los geht's! Sie heißen elektrische Tretroller, E-Scooter oder auch PLEV. Personal Light Electric Vehicle. Wir haben hier das Modell Outsider Evolution, das wir uns jetzt genauer anschauen wollen. Dieser Roller ist ein gutes Einsteiger-Modell und befindet sich in der mittleren Preisklasse. Er ist aus leichtem und kompaktem Aluminium und lässt sich einfach zusammen und wieder auseinanderklappen. Dafür müssen wir einfach nur unten am Lenker zunächst den Halterungsring nach links schieben und anschließend den Hebel nach unten drücken. Dann ist die Lenkstange gelöst und wir können sie einklappen und entsprechend befestigen. Diese praktische Funktion ermöglicht es, den Roller auch bequem unterwegs per Bus oder Bahn mitzunehmen. Die zwei Reifen besitzen keinen Schlauch und sind dadurch praktischerweise vor Pannen geschützt. Gebremst wird mit einer Scheibenbremse am Hinterrad, die sogar ein ABS-System wie bei Autos besitzt. Werfen wir einen Blick auf den Lenker. Hier befindet sich auch das Herzstück des E-Scooters, die Batterie. Sie lässt sich einfach per Kabel an jeder normalen Steckdose aufladen oder sogar vollständig herausnehmen. Am Lenker selbst haben wir auf der linken Seite den Bremshebel und auf der rechten Seite den blauen Gashebel. An diesem befindet sich auch der Ein- und Ausschalter sowie eine Funktionstaste. Das Fahren funktioniert ganz einfach. Wir schalten den E-Roller ein, indem wir die On-Taste für zwei Sekunden gedrückt halten. Um jetzt loszufahren, stellen wir uns mit einem Fuß drauf, nehmen ein wenig Anlauf und rollen los. Anschließend drücken wir den Gashebel nach unten und können so beschleunigen. Der Roller beschleunigt recht schnell. Das wirkt am Anfang etwas ungewohnt. Nach ein paar Minuten hat man aber ein gutes Gefühl und fühlt sich deutlich sicherer. Lenken können wir, indem wir den Lenker drehen und dabei ein wenig unser Gewicht verlagern. Gebremst wird einfach, indem wir den Bremshebel auf der linken Seite ziehen. Zusätzlich können wir unsere Bremskraft verstärken, indem wir mit dem Fuß dabei auf das Schutzblech am Hinterrad treten. Der Roller bremst dank ABS recht sanft, sodass wir keine Gefahr laufen, runterzufallen. Das bedeutet aber natürlich auch, je schneller wir sind, desto länger ist auch unser Bremsweg. Wer vorausschauend fährt, braucht hier aber keine Angst zu haben. Unser Modell der Outsider Evolution hat sogar drei verschiedene Fahrmodi, die wir über die Funktionstaste auswählen können. Den Eco-Modus, der besonders energiesparend ist, dafür aber auch deutlich langsamer. Den Komfort-Modus, sozusagen der Allrounder, der den perfekten Ausgleich zwischen Leistung und Energie schafft. Und der Sport-Modus, der voll auf Beschleunigung setzt. Und die hat es in sich. Mit dem Scooter erreichen wir eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Wichtig bei E-Rollern ist natürlich vor allem die Akkulaufzeit. Bei unserem Modell schaffen wir es auf bis zu 25 Kilometern Reichweite. Aufgeladen ist der Akkulauthersteller dabei in drei bis vier Stunden. Das Display in der Mitte des Lenkers zeigt uns nicht nur die aktuelle Geschwindigkeit und den Fahrmodus an, sondern auch den Akkustand in Form mehrer Ladebalken. Unser Fazit zu den neuen E-Scootern. Sie sind eine tolle Kombination aus Fahrspaß und praktischem Nutzen. Das Fahren ist mit ein wenig Übung kinderleicht und dank der Akkureichweite sind auch längere Strecken kein Problem. Der Outsider Evolution eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für Erfahrene. Einen Link zum Scooter findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir hoffen, dass euch unser E-Scooter-Test gefallen hat und freuen uns über eure Kommentare. Falls ihr Fragen zum Roller habt, helfen wir euch gerne weiter. Denkt außerdem dran, unseren Kanal zu abonnieren und die anderen Videos auszuchecken. Viel Spaß beim E-Scooten und einen königlichen Tag noch, dein Satking.